TITANO Bremen, 10. Jahrhundert. Ein gefährliches Monster kreuzt in der Weser. Man hat ihm den Namen TITANO gegeben. Das Schiff, das versucht hat, das Monster zu fangen, wurde nie wieder gesehen. Als schließlich die Fischer mit dem Boot kamen, ist es ihnen gelungen, TITANO in einem Netz zu fangen. Sie brachten ihn in den Jürgerpark, in ein großes Aquarium. Die Besucher bewunderten ihn einige Tage lang, bis er eines Tages ausbrach Hilfe! Und in die Weser zurückflogen. Mama! Die Möse End, uh End, uh End, uh End, uh End, uh Untertitelung des ZDF für funk, 2017